Na dann. Kurs auf die Werft. Hier nochmal Bomben von Anpflanzen aus Versehen. Hier, um das Schiff abzuquälen. Oh, es gibt Böhm. Junge, ich würde mal sagen, wir rennen für Richtung Werft segeln. Mache ich mal eine kurze offene Pause, äh, Stream Pause an dieser Stelle. Gleich geht's weiter. Nach einer kurzen Pause. Schauen wir mal, was das Schiffs-Upgrade uns noch bringt. Dann werden wir in ein neues Gebiet kommen. Das wird spannend. Bleibt dran. Gleich geht's weiter. So. Dann Willi kommt zurück. Dann spielen wir das noch ein bisschen weiter. So. Was gibt's neues, Arthur? Der geht gleich mal duschen. Jetzt sind wir gleich da. Der Schiff ist ja... ziemlich schnell. Mit der Verbesserung. So. Eine Ahrenstimme brauchen wir noch. Und für den Garten. Und hier brauchen wir noch Echenbretter. Aber für den... Schafspferch. Dann muss das Schaf hier... nicht einfach rumstehen. Dann geht der auch mal zu Hause. So. Da werden wir. Dann kommt's. Da sehen wir schon das Signal. Na dann zeig mal her. Ich glaub wir brauchten da noch irgendwie hier. Wir brauchten noch Zutaten. Des Feuerzeuges brauchten wir. Sechs Feuerglut und... Zehn Aluminium Barren. Ok. Feuerglut, Aluminium Barren. Aluminium Barren ziehen wir hier drüben. Aluminium Drachen. Und Feuerglut ziehen wir, glaub ich, hier. Den Blühgörmchen. Da können wir alles auf eine Fahrt machen. Äpfel. Voll froh du wieder rummeckerst, nix kriegst. Eine Birne für dich. Ich bin immer sehr im Spruch. Wenn ich vorlese. Auflauf. A3. Auflauf. Ich merke euch nur wieder nach Vierer Parrenwort. Okay. Und du relationship, dass du auch hinsetzt. municipal滿 writes to him. hier, hier, ah, hier, kein Wurz, Stella, was muss ich denn tun, dass du, ja, komm, hier hast du, war doch nicht unterwegs zu dir. Der Blick hier mal wieder großartig. Kein Bock auf das, sicherere Reise müssen wir gleich ausschalten, da brauchen wir hier, die Blühwürmer. Dann gehe ich mal ein bisschen angeln. Dann haben wir eigentlich nicht mehr gemacht. Wie? Das Gewitter hat mich... gedenkt. Die Blühwürfelder. Die Blühwürfelder. Die Blühwürfelder. Die Blühwürfelder. Die Blühwürfelder. Na komm, schwarz zieht die Genete. So, da müssen wir durch rein, deswegen... Das ist eine wertvolle Heilskette, dass man die Sorte sagt. Oha. Oha. Dunkelheit und Ruhe. Eine weitere Symphonie beginnt. Was denkst du? Lass dich von den Noten durchströmen, Stella. Lass die Musik direkt in dein Herz dringen. Oha. Eine Glimpse. Vorher ging er noch nicht interessiert. Oha. 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 Oh. Oha. Da bin ich erreicht danach. Scheineintopf, mhm. Was können wir das noch verändern? Damit. So, dann mal zurück. Wenn ich hier zum... an die Minimum drauf müssen. Das ist das nächste Ziel. Ist vielleicht glatt zugesiegelt. Das wäre... Das wäre tragisch gewesen. So. 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 Das war aber nix. Verdammt. Was bleibt hier drauf? Verdammt. Verdammt. Können wir es bitte schaffen, hier irgendwie drauf zu bleiben? Ich weiß auch nicht, was hier verkehrt ist. Was? So, hier. Das ist fest und nix. Das ist mir. Das ist ein Moment, hier oben. Das ist ein Moment, hier oben. Das ist ein Moment, hier oben. Der Dominion. Ach so, werde ich gut hier drin. Ich habe sie. Oh, verdammt. Here. Und dann was sie dort gebracht. Mach's gut drauf. Oha. Ah, oh, lass. Interessant. Ah, jetzt zurück zum Region. Dann schlafen wir mal. Und dann geht's zurück zum... zur Werft. So groß sitzen. Kombinieren. Wie oft? Ja, das ist schön. Mhm. Ich kann noch nicht mehr. Wie sieht es? Manche das sind. Sie versch precautions sind. Ich kann nicht alles zu machen. Ich kann nicht mehr mehr zunehmen. Hm, Schaf Schlafen die ja nur noch, dann wollen wir die mal wecken Und ich geh wieder an Inwiegend Besonders selten Nicht Inwiegend Mhm Mhm Oh Gott, ist zu früh was geworden Jetzt nicht dazu In Makhir In Makhir 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 Wohne Ja Wohne 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 Und Wohne 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 Oh, verdammt! Jetzt würde ich das Felsen mal durch. Noch ein bisschen eine Zeit zu vertreiben. Ich glaube, es geht um eine lache. Ich glaube, es geht um eine Lache. Ich glaube, es geht um eine Lache. Ich habe eine Lache. Ich frage mich als Opfer eigentlich, wo können wir den Leuten Dinge geben? Ich weiß nicht, die Küchen gibt es noch nicht. Ich würde dir gerne mal das schöne Ding hier geben. Wie gut ist der da? Nein, haben wir nicht gegeben. Bis damit. Nein, danke. Dann halt nicht. Es sieht so aus, als wären wir hier. Ach so. Der Goatloft ist wieder hier. Oha. Feuergeluts. Haben die nicht gefallen? Dann müssen wir die Pflanzen oder was. Aluminium brauchen wir. Aluminium brauchen wir. Aluminium mit Aluminium. Das ist ein Keftiger Mann. Okay, können wir Sachen verkaufen. Okay, was für Besorgung können wir hier schon. Das ist sehr schön. Äpfel. Okay. Okay. Aluminium brauchen wir hier. Und diese Gemütsamen. Sollen wir versuchen zu pflanzen. Wir machen dann Früchte raus. Wir finden es groß. Kohle alimentieren wir dann überhaupt eine Zeit. Zweite. FettsDear. Echt? Echt? Wir müssen doch jetzt was loswerden. So, also nicht. Das Wachstum ist schon die nächsten. Ah, vorher genau das war. mal gießen das ist eine widersprüche, aber naja das ist eine widersprüche, aber naja